jetzt ist hier wasser weg ok da ist eine leiter kann man ja nicht einfach da hoch kommt man aber nicht so dann gehen wir mal hier hoch kann man hier vielleicht in irgendeinen block verschieben ach guck mal das kriegen wir auch hin wir müssen eigentlich sogar hier und dann zack aha dann öffnet er da eine Falltür und hier gehen wir halt wieder zurück ne genau hier ist jetzt wasser drin einmal rauf bitte so und dann jetzt hier ab in die Falltür verdammt ich habe glaube ich gerade was entdeckt ich speichere mal kurz dann lade ich nochmal zurück ich weiß nicht wo wir zuletzt gespeichert haben oh nein ne das ist zu viel ich habe da oben ein Loch in der Decke gefunden gesehen vielleicht habt ihr es auch gesehen vielleicht ist da so ein Secret also da oben das hat man glaube ich ganz kurz gesehen doof also ich hätte jetzt keinen Bock das wieder alles nochmal neu zu machen deswegen lassen wir es gut sein wo sind wir denn hier wie groß ist denn das Schiff ich meine Schiffe sind groß aber das ist ja blöd und willst du mich verarschen können wir auch mit einer Harpune kämpfen unter Wasser vielleicht jo Medipack er ist tot so ja hier haben wir einen großen Raum mit Wasser gefüllt der uns unter Wasser auf jeden Fall nicht weiter bringt gehen wir hier hoch da ist eine Leiter das gefällt mir immer ein bisschen zur Mitte noch und dann geht es hier wieder hoch zack 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 das ist schneller als die Deutsche Bahn auf jeden Fall pünktlicher so kann ich den da hinten schon kriegen ich bin mir dessen sehr unsicher was ich aber auf jeden Fall jetzt mache oh man schon mal was von Shift gehört huch wer willst du denn na du würdest du gern sterben wo das war es dann mit dem ok jetzt geht es hier nochmal hoch ja so nicht so nicht ach man schweizer da und bitte einmal hoch und bitte einmal hoch so und dann einmal zur Seite und einfach mal speichern hm was haltet ihr davon klingt gut oder so jetzt hab ich die einmal wieder ausgelöst äh bisschen jetzt ausgewählt ausgelöst so jetzt nehmen wir die Anlauf und springen drüber ja ja das war ja Parabel äh nicht Parabel äh Parade ne ach egal keine Ahnung ich weiß doch auch nicht was ich hier laber so jo nein ich wollte doch die neuen Anlauf die neuen Anlauf einmal bitte großes Medi-Bag danke für die Schrotflinte danke sehr so du 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 ich höre da noch jemanden glaube ich ja jo danke so da hinten ist schon wieder jemand wir gehen erstmal hier hoch so was haben wir denn hier ich speichere einmal so klettern wir mal hier die Leiter hoch äh 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 nein nicht wieder zurück weil äh aber das macht nichts jetzt sind wir wieder da wo wir gerade die Dings nehmen konnten äh äh sehr sehr elegant äh äh wo wir gerade die 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 äh 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 so einmal bitte zurücktreten springen festhalten hochziehen ihr kennt das Prozedere danke für's Medipack so dann wollen wir doch mal schauen ob wir hier nicht so ob wir hier nicht so hätte ich das vorher machen müssen äh hm ich glaube ich hätte das machen müssen bevor die Falltür aufgeht den hier haben wir betätigt haben wir jetzt eine grüne Dings ich ne ich war mir nicht mehr sicher aber äh äh Leber sagt nein haben wir nicht gut was haben wir denn dann äh überhaupt jetzt gerade erreicht nicht so weit ich weiß oder äh da hinten war ja was ist das für mich auch doof ne wir müssen hier mit ein Lauf ähm ja dann gehen wir einfach mal wieder zurück so da war auch nix noch ne ok dann geht's jetzt mal hier wieder in diesen großen Raum äh ok ok da können wir glaube ich nicht her dann gehen wir halt mal hier her doch man ich hab mich gedingstet ich hab mich nicht festgehalten na 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 so gehen wir halt wieder hier hoch na nicht gegen die Wand laufen ist nicht gut so und hoch mit euch schritt für schritt dann zur seite fallen lassen und weiter weiter geht's ich hätte speichern sollen ich hätte speichern sollen so dann machen wir mal hoch und dann äh so und bitte kurz die Nase gejuckt äh gekratzt so und jetzt können wir bestimmt schon rüber oder? ja noch einmal einen hoch und dann speicher ich okay das ist ein safe game das ist ein safe game und dann ich bin das Parktreten, Anlauf nehmen, rüberspringen und runterfallen. Och, Mann. So. Diesmal muss es aber klappen. Alles einwandfrei. Sonst werde ich wütend. Äh... Alles gut. Och, Mann. Wo ist denn hier los? Jetzt habe ich zu spät die Leertaste gedrückt. Kann sich nur um Jahre halten, äh, halten wollen. Handeln. So. Nee, sonst hoch. Und ich speichere mal. Dann haben wir den Sprung hier schon mal geschafft. Und bitte. Ich speichere. Und guck mal, ob wir den kriegen können. Scheinbar schon. Gut. Das freut mich. So. Und rüber. Und nochmal speichern, bitte. Nein, nein. Hier. Genau. Ah. Sie liegt vor uns. Doch wir können nicht hin. Ähm. Ja. Pff. Schön. Warum? Warum ist das so? Können wir da nicht... Ah. Ah, okay. Okay, gut. Ja. Jetzt löst hier eine zweite Alarm aus. Pff. Ähm. So, ich glaube, wir müssen das einmal... Äh, so. Äh, so. Äh, eher nicht. Nee, ich lade nochmal. Warte mal. Nee, das nicht. Ich lade nochmal. Äh, so. Zack. Speichern. Mal gucken, ob wir das schon hinbekommen. Nee, so nicht. Denn da oben ist ja... ...unser Ausgang. Und hoch. Und nochmal speichern. So. So. Dann einmal... ...üder Leiter klettern. Dumm, 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 dumm. So. Okay, scheinbar kann er da. So. Jetzt kann mir keiner mehr was sagen. Ja, dann ist die Tür geöffnet, aber... ...bringt uns das was? Wir konnten ja schon vorher hier hoch. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier wieder den Hebel betätigen. Dann, ich glaube, die Animation fehlt einfach, keine Ahnung. Dann ist hier wieder Wasser. Äh, beziehungsweise jetzt rechts ist Wasser raus. Da ist wieder Wasser. Und wir können hier super schön durch. Hallo, Hebel. Na, jetzt geh doch mal da durch. So, einmal speichern, bitte. Müssen wir wieder ganz hoch. Zack. Ah, wow. Okay. Offshore-Wake. 40 Minuten, 46 Sekunden gebraucht. Äh, ein silbernes Secret gefunden. Ja, das Secret da beim, äh... ...bei der Schiffsschraube. Ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll. 18 Kills, 556 Munition verbraucht, 467 Hits, äh, 4,5 Medipacks verbraucht und 3,69 Kilometer gewandert.